Zahlreiche Medaillen und Pokale hat sich die junge Turnerin Anna-Maria Schatochin bereits erkämpft. Doch jetzt erhielt das Mädchen aus Bad Urach quasi den Ritterschlag. Der Deutsche Turnerbund hat die Gymnastin in seinen Kader berufen. Damit ist Anna-Maria eine unter den 20 Besten aus den Jahrgängen 2006-2007 in der gesamten Bundesrepublik. Sie darf sich jetzt also zum Elitekreis der Rhythmischen Sportgymnastik in Deutschland zählen.